Ach, das ist behindert. Vielleicht auf der anderen Seite? Mach eine Tür dahin. Digga, sie können sprechen. Ja. Ja, warte. Ach so, ja, du hast eigentlich recht. Voll vergessen. Ja, ja, ähm, jetzt wieder. Ja. Ähm. Digga, sie können sprechen. Ja, ich kann sprechen. Unnormal, krass, ne? Ey, ist die Wiener? Ey, was los? Ey Digga, es geht ab. Digga. So. Ah, das war jetzt so nicht geplant. Eigentlich, ich weiß schon wieder meins. Mach sie doch einfach auf die Tür. Justin, brauchst du irgendwie noch Kürbisseeds? Nö. Kürbis überhaupt nicht. Dann schmeiß ich den Dreck weg. Ja. Ein voll von Zorn. Das hier sieht man doch. Ah, das gefällt mir viel besser hier. Also, jetzt, liebe Zuschauer, ich finde hier wird es langsam richtig schön in meiner Wohnung. Und, ähm, alles so toll hier, wo ich mir das vorgestellt hab. Also, sieht doch schon viel besser aus. Was baue ich denn hier noch? Ich hab noch keine Spitze, verdammt. Raus da. Ja, okay, ich geh. Na, hallo Justin. Ja, da. Ja, da steht etwas im Weg. Ich weiß. Ah, hier sind die Sachen, die ich brauch. Ah ja, nimm, nimm du mal. Ganz ruhig. Ich hab weggemacht. Okay. Was denn? Ähm. Ähm, warum bin ich jetzt Gmon 2? Heute? Ich kann hier nicht mehr bauen. Ich kann einfach nur Stein nicht bauen. Hast, hast du vielleicht Stein auf irgendwas gelegt? Nö. Ah ne, Endeside ist das. Ach ja, Endeside ist vielleicht irgendwas mit LockBlock verknüpft. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch egal, Endeside benutze ich sowieso nicht. Du siehst ja, ich wüsst nicht, dass das LockBlock geschützt ist. Ah. Einen Faden. Toll. Aber Stein ist LockBlock geschützt. Ne, Endeside meines Entschuldigung. Stein kann ich doch verwenden als Woche. Okay, ähm, also ich brauche hier definitiv noch ein bisschen Holz. Du bleibst natürlich da drin. Ja, du bleibst da drin. Dennis, kann ich deinen Versauberungstisch nehmen? Hm, was brauchst du kurz? Versauberungstisch. Maxi. Äh, sprich nichts gegen. Ich habe auch selbst LARPIS, also. Ja, das wäre mir sogar noch recht egal. Ja, du hast da so viel LARPIS, das sieht ja schon gescheatet aus. Ne, gescheatet wirst du die ganze Küste voll wäre. Ach, du brauchst ein bisschen Essen? Ja. Ja. Oh, das war nicht das Richtige. Das war nicht das Richtige. Das war nicht das Richtige. Das war bitte schön. Ja, das kann ich auch essen. Ja. Ernähr dich vom Bruch. Kannst du mal ausprobieren. Hm, wird sich sehr lecker und gesund. Hm. Nenn es sonst eine Hausschweine. Oh. Wie viele leben eigentlich noch? Keine Ahnung. Da gibt es wahrscheinlich nicht mehr viele, oder? Ich schwöre, wie braucht man das eigentlich nochmal in der Neu... Alter, ich... Ich vergesse das jedes Mal in der 1.9. Wie crafte ich mir so einen verkackten Scheiß-Zauern? Jedes Mal muss ich den Scheiß googeln. Ich hab dich jetzt auch vergessen. Mach doch einfach, ähm... Ich hab's gefunden. Sticks an der Seite und Hals in der Mitte. Ne, andersrum, schon. Ne, Hals an der Seite. Hals an der Seite. Sticks in der Mitte. Komm schon. Komm schon. Eigentlich ist sowas... Jawoll! Also hier unten haben wir eins. Ähm, dann haben wir... Hier oben ist sie zwei. Sehr lang? Ne, wahrscheinlich nicht. Zwei. Zwei. Warum bist du hier? Für mich sieht das so aus, als hättest du zwei. Du gehörst hier nicht her. Aber pssst, pssst, ja. Gut, ähm, Dennis, du weißt es jetzt, aber pssst, ne? Nix sagen. Was war das nochmal? Da ist er. Okay, das war nicht geplant. Das war definitiv nicht geplant. Ähm. Dann brauch ich jetzt einmal eine Spitzsacke. Verzaubert hab ich nämlich noch nicht. So. Und... Noch ein paar Level. So. Vier Level. Weißen wäre es jetzt eigentlich im Nether zu reisen, aber... Toll, danke. Ja, ich baue jetzt mal endlich den offiziellen Eingang. Wow. Ey, guck mal, da kommt das nächste Schwein. Fäck dich, Alter, du rätst hier nicht in meinen scheiß Garten rum. XP. Danke. Achso. Ja. Hm? Nein, ich meinte XP. Achso, XP? Ja, Windows XP. Was soll ich sagen? Wenn ich mach. Jaaa. Windows Stück Scheiße. Naja. Ich find's irgendwie besser als Schrott 7. Zwar nicht mal für heute, aber... Nee, Alter. Windows 7 ist schon das geilste gewesen. Windows 7 ist Classic. Das ist Default. Default! Was? Alles klar. Da ist Nothing Special, das ist einfach scheiß. Also von der Optik her, vom Bedien her, ist das auch nicht grad das geilste, aber hey. Damals haben die das gesagt, so. Ey, das ist ja voll neu, sieht ja voll geil aus und so. Und jetzt... Das ist Windows 7. So scheiße, wie damals Windows XP war. Das ist einfach keine Sau mehr juckt. Oder Windows 2000, weil... Wieso Windows... Digga... Da haben die noch dieses Arbeitsplatzsymbol mit diesem fetten Röhren... Monitor noch gehabt, ne. Oh stimmt, das war ja noch bei Windows XP. Damals war das ja sogar noch so scheiße. Oh weh, Alter. Erst weil irgendwie wisst, da haben die doch die Optik geändert, oder? Naja, sieht trotzdem scheiße aus. So, ich glaub ich bin ein bisschen zu weit gegangen. Ich hab 10 Pilze in der Tasche. Jaaaa. Das war extra so gesagt. Ich hab ja die ganze Zeit das... XXXXX-isurt-Server-Command. Und bei weiter kann ich auch nicht lesen. Ja, ich hebe mich die ganze Zeit immer wieder hoch ins Lager, damit ich nicht laufen muss. Ja gut. Weil das Haus einfach viel zu groß ist. Hätt ich mir vorher überlegen sollen. Nein. Nein. Hätt ich auch rein. Hier ist... Fuck ey, jetzt hab ich 32 Oak-Fans gecraftet. Mhm. Mhm. Fick dich doch mal brutal. Mhm. Oh. Das sieht mal einer an. Was? Perfekt, würd ich mal sagen. Perfekt, würd ich mal sagen. Ah, nee. Ähm. Wär vielleicht sogar noch besser gewesen. Delicious. Mhm. Ja, ja. Toll. In der 1.8 hat man noch so viele Bögen und so viele verzauberte Glowenschützen gesehen. Und jetzt bekommt man gar nichts. Digga, perfekt! Digga! Perfekt! Ich hab, ich hab, ähm, gerade Gold gefunden. Wow, Max ist stolz. Er kann sich seine eigene Uhr mal craften. Ja, natürlich. Ah, Max hat Gold. Ah, jetzt ergibt das Sinn. Ja. Ja. Hm, endlich hat er seine Butter gefunden. Nein. Und, es ist ganz toll, dass Kürbisse nur wachsen, wenn dort, äh, Luft drüber ist. Oh. Gar nicht, wo ich hier mich überall rumbuddel. Das ist ja der Wahnsinn. Ne? Kann man kaum, kann man kaum glauben hier, ne? Werner, jetzt hast du eigentlich ne Melone? Oder? Ne. Leider nicht, die muss ich mir noch suchen. Hm. Okay. Aber vielleicht find ich später eine, oder... Wo auch noch. Ey, warum ist die Tür offen? Warum ist die Tür offen? Warum ist die Tür offen? Oh, da unten ist ein, ist ein Creeper-Monster. Ein scheiß Creeper-Monster. Digga. Ich muss aufpassen, dass das Creeper-Monster nicht zu mir kommt. Echt? Ach, lass mal nichts an. Und nicht gerade wenig. Schaunsch. Schaunsch. Huuuh, das ist ein Peer-Monster. Schaunsch. 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 Wie schwierig? Huuuh, das ist ein Geil. das war ich noch ein bisschen oh shit ein creeper monster Digga ich muss hier wieder weg ich muss hier wieder weg Dennis hast du dich zugelegt weil es aber auch wirklich rein zufällig Könntest du zufälligerweise xp-farschen haben? Nö Oh Mann meine scheiß Spitzhacke ist kaputt gegangen Passiert halt wenn man sich in so einem komischen Gelände rumbuddelt Mh Wie heißt komische Gelände ich bin in meiner Min und jetzt bin ich gerade wieder hochgegangen Nö Nö Wegen komisches Gelände und so Ganz normal die Mine und so Egal ähm auf jeden Fall Ich hoffe nicht dass es jetzt zu dunkel ist Wenn doch dann naja Ist halt so Komm So Schau ich mal Ja? Ob ich vielleicht doch noch ne Spitzhacker hinkriege Ich hab ja noch Eisen in der Hand Ja? Ach komm da machst du doch mal gleich Machst du doch gleich nochmal zwei ne? Wieso muss denn Und ich brauche jetzt unbedingt ne neue Kiste es tut Liebe Leute es tut mir wirklich leid Es tut mir wirklich sehr leid Es tut mir wirklich sehr leid Ah die neue Kiste muss her Ja Da kommt jetzt mal nur Dings rein Ähm Rein Ich hab's echt langsam satt Ohne Witz Ohne Spaß Ohne Spaß Oh ich habe Witz Erhalten Digga soll ich hier ne Jukebox craften? Hm Wenn du möchtest Kannst du machen Wie craftet man den Dreck nochmal? Ähm Holz Also so wie ne Truhe mit dem Diamant in der Mitte Wow